Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mark und ich haben uns versprochen, dass wir uns die zusammenatzen Natürlich Ich habe das Gefühl, Sie gewöhnen sich an unseren Lebensstil Wie wäre es, wenn ich hier bleibe? Tun Sie es Gute Nacht Ich mag es, wie Sie meinen Namen sagen Hallo Tarek Wie geht es denn Ihrem wunderbaren Mann? Aber wann, wann kommst du denn? Das verstehe ich Juliette, hier glauben wir an das Schicksal Wie sieht Ihr Schicksal aus, Tarek? Dass sich meine Reise so entwickelt, hätte ich nie gedacht Schicksal aus, Tarek nur zu schütteln, Tarek hat sich die Reise an dem Fagnen? Ja, das ist toll, ja mini- interested! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020